Lisa Terzsch, herzlichen Glückwunsch zu Platz 16 hier in Hamburg beim WTS-Rennen. Ein paar Minuten nach dem Wettkampf, wie fällt dein erstes Urteil aus? Ich bin sehr zufrieden, hat echt Spaß gemacht. Du bist auch bekannt dafür, in der letzten Saison gewesen, dass du immer schnelle Laufzeiten hinlegst. Das hat man heute gesehen, nicht nur was die Zeit an sich angeht, sondern auch beim Laufstil. Also du hast wirklich am Ende auf den 5 Kilometer nochmal richtig Gas gegeben. Wie war es im Wettkampf für dich selbst, als du dich einordnen musstest und dann wusstest, okay, am Ende kommt nochmal deine Stärke. Was hast du dir vorgestellt, was noch drin ist heute? Ich habe einfach alles gegeben, was geht. Also für mich geht es immer, wenn ich dann beim Laufen bin, einfach immer nur einen nach dem anderen einsammeln und schauen, wie es noch nach vorne reicht. Und dann bin ich zufrieden, wenn ich am Ende im Ziel kaputt bin. Was war vor dem Wettkampf so deine Einstellung? Wo hast du dich gesehen nach den ganzen Monaten ohne Vergleiche, ohne Wettkämpfe im Schwimmen? Wo hast du gedacht, dass du ungefähr rauskommst und dann landen kannst? Ich habe schon mit der zweiten Radgruppe gerechnet. Also die erste ist derzeit noch ein bisschen schwer für mich, denke ich. Aber mit der zweiten Gruppe war ich echt zufrieden. Und dann wollte ich einfach schauen, wie weit es noch beim Laufen nach vorne geht. Das kommt dann natürlich mal auf den Abstand zur ersten Radgruppe an. Aber war gut. Vielleicht noch eine Einordnung bei dir zu den vergangenen Wochen und Monaten. Wie lief bei dir das Training? War es schwer, die Motivation aufrecht zu erhalten? Auch im Hinblick darauf, dass du ja auch eine von den Kandidatinnen gewesen wärst, die sich noch über den internen Wettkampf dieses Jahr für Tokio hätte qualifizieren können. War dir das mental eher eine Hürde, dich überhaupt noch auf irgendwas dieses Jahr vorzubereiten? Oder hast du einfach einen Plan verfolgt und durchgezogen? Ähm, ich muss sagen, also am Anfang war es natürlich eine Umstellung. Keine Frage, wenn man erst voll auf Olympia eingestellt ist und dann ist auf einmal gar nichts mehr. Aber da muss ich sagen, ging es eigentlich ganz gut, weil ich das Ganze langfristig machen möchte. Also 2024 ist für mich definitiv auch ein Ziel. Und deswegen habe ich gesagt, ich nutze es einfach als Lernjahr und trainiere weiter und schaue, was einfach noch passiert. Und jetzt war er zum Glück noch im Wettkampf. Wie war deine Reaktion, als du vor ungefähr zwei Wochen dann mitbekommen hast, dass das Rennen hier nicht nur das erste und einzige WTS-Rennen des Jahres wird, sondern gleichzeitig auch eine Weltmeisterschaft ist? Da gehen ja so ein bisschen die Meinungen auseinander. Äh, ich habe mich davon gar nicht so beeinflussen lassen, sag ich mal. Also wenn ich an der Startlinie stehe, gebe ich mein Bestes. Und ich sag mal, da ist nicht egal, aber ob es ein WTS-Rennen ist oder eine WM, deswegen ändere ich jetzt nicht meine Einstellung. Also ich möchte immer gut sein, egal was jetzt der Name ist. Wie war es im Rennen für dich von der Wahrnehmung, ohne richtige Zuschauer, ohne die Massen, die man hier aus Hamburg gewohnt ist, überall die Zäune aufgebaut? Nimmt man das wahr in dem Moment oder merkt man das eigentlich erst, wenn man hier im Ziel ist und dann eben nicht die große Kulisse auch danach da ist, sondern man dann eben hier in einem kleinen Kreis steht? Ähm, es war natürlich anders. Also sonst ist die Stimmung in Hamburg schon was Besonderes und das war jetzt einfach nicht da. Ähm, aber ich denke mal, es war für jeden das Gleiche. Also war einfach was anderes, sag ich mal. Aber es waren ja trotzdem ein paar Trainer an der Strecke, die einem was zugerufen haben und man hat ein bisschen Rückmeldung gekriegt. Von daher war es eher wie ein kleiner Triathlon, würde ich sagen. Und das habe ich auch schon mal gemacht, von daher. Wie geht es in den kommenden Wochen und Monaten noch für dich weiter jetzt? Ähm, ich werde nächstes Wochenende noch in Carlo Vivari starten und dann muss ich mal weiterschauen. Ich studiere nebenbei noch in Harvard und da muss ich einfach schauen, wie sich das so kombinieren lässt. Ähm, derzeit ist das halt alles online und das lässt sich vielleicht auch mit dem Sport kombinieren, aber da fehlt natürlich ein bisschen die Erfahrung, sag ich mal. Deswegen muss ich einfach mal gucken, wie es läuft. Du hast gerade schon angesprochen, dein Studium zeitgleich, deine Laufstärke, deine Einschätzung eben gerade selbst war auch so ein bisschen für die erste Schwimmgruppe, die erste Radgruppe fehlt gerade noch ein bisschen. Jetzt wärst du ja auch eine Kandidatin, die, wenn das mal gelingen würde, mit so einer schnellen Laufzeit und auch der schnellsten des Tages mal so ein WTS-Rennen auch gewinnen könnte potenziell in den kommenden Jahren. Siehst du das auch selber so? Ist das wirklich dein ausgegebenes Ziel oder willst du erst mal so für dich selbst Schritt für Schritt machen? Ähm, ich werde Schritt für Schritt meinen Weg gehen, sag ich mal, und schauen, wo das endet. Aber, also ich würde jetzt nicht ausgeben, oh, ich will unbedingt in der WTS den ersten Platz belegen, aber ich habe schon in den letzten Jahren immer noch ein Schrittchen nach vorne gearbeitet, noch ein Schrittchen, noch ein Schrittchen. Und wenn ich so weitermache, ich bin erst 21, also ich habe noch zehn Jahre, um meine Bestform zu erreichen. Von daher, ich bin positiv und ich denke auch, besonders beim Schwimmen ist bei mir noch einiges drin. Also da ist derzeit noch viel Luft nach oben, da sage ich nicht, oh, da habe ich schon alles getan, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich besser werden soll, sondern da werde ich weiterhin dran arbeiten und ich habe schon ein paar Ideen, wie ich daran arbeiten kann. Und dann schauen wir mal, wie das nächste Jahr wird. Lasst euch überraschen. Wir sind auch gespannt. Zweite Deutsche heißt in diesem Fall auch, dass du, wenn alles so läuft mit den Nominierungskriterien, wie sonst auch, wahrscheinlich morgen nochmal in der Mixed Relay Staffel am Start wärst. Wie stehst du dem Wettkampf so gegenüber? Freust du dich besonders auf das Format? Bist du erstmal froh, dass du dich darüber jetzt auch qualifizieren konntest? Wie gehst du morgen ins Rennen? Also ich gebe zu, ich weiß noch gar nicht, ob ich starten darf. Das wird erst heute Abend entschieden. Wenn ich starten darf, wäre ich natürlich total happy, dass ich endlich mal bei Mixed Team Relay starten darf. Und dann werde ich mal schauen, was ich über die kürzere Stand so geben kann. Aber ich freue mich. Wir werden es verfolgen. Drücken die Daumen. Erstmal gute Erholung und vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke dir.